Herzlich Willkommen bei uns in unserem Bonvenant Raum. Kommt doch mal vorbei und spiel mit uns gemeinsam. ReInventing heißt für uns, unsere Ausstellungen, unsere Programmarbeit, unsere Forschung kollaborativ anzugehen mit PartnerInnen hier vor Ort in der Stadtgesellschaft genauso natürlich wie international. Das heißt für uns auch, unsere Strukturen zu überdenken, neu zu denken. Und wie können wir die Debatten um ethnologische Museen hier aufnehmen in unserer Arbeit und gleichzeitig mit dem, was wir hier machen, wieder in sie zurückwirken. Man kann viel über Veränderungen reden oder man kann es einfach machen. Wir haben uns dazu entschlossen, einfach anzupacken. Wir sind ein Netzwerkmuseum und arbeiten mit und für die diverse Stadtgesellschaft und wollen durch veränderte Managementstrukturen nicht nur ein Beispiel sein für andere ethnologische Museen, aber für die Museumslandschaft im Allgemeinen. Wir sind ein Netzwerkmuseum.